Warum gibt es in Japan die Todesstrafe? Die Hinrichtung erfolgt durch Erhängen. Oft warten die Verurteilten viele Jahre auf ihre Hinrichtung. Die Todeskandidaten werden erst wenige Stunden vor dem Termin über ihre bevorstehende Hinrichtung informiert. Erst im Juli wurde ein Mann hingerichtet. Er ist 2008 absichtlich mit einem LKW in eine Menschenmenge gefahren. Er tötete sieben Menschen. Laut Umfrage sind 80% der Japaner für die Todesstrafe. Aktuell sitzen über 100 Menschen in der Todeszelle. Findest du die Todesstrafe richtig?